hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal tutorial garage.com freut mich dass ihr wieder mit dabei seid heute geht es um die beantwortung einer user frage nämlich js fun filme hat mich gefragt wie man es anstellt dass man den hintergrund eines einzelnen beitrags ändert man kann dort farbe ändern beziehungsweise das hintergrund bild bevor jetzt allerdings loslegen muss ich sagen das ist mein dritter versuch dieses video kurz und knapp aufzunehmen ich habe es nicht geschafft es wird wahrscheinlich wieder so 17 18 minuten lang werden wir werden das jetzt in ruhe durcharbeiten es gibt zwei möglichkeiten so ist heute mal die facecam wieder weg und zwar hier eine testumgebung aufgebaut wir haben hier quasi unser home dann haben wir darunter den menü eintrag hier und darunter den menü eintrag hier zwei also hier 142 und korrekt zu bleiben bei hier 1 wo immer jetzt den beitrag selbst die hintergrundfarbe auf grün ändern und zwar der beitrag geht von hier oben bis hier nach unten also dieses quadrat markiert es jetzt einmal im video das wollen wir einfärben wie machen wir das das ist gar nicht so schwer wir gehen ganz einfach ins backend unserer jummler installation gehen dort auf menüs dann auf unser menü auf unserem menü container wo eben der menü eintrag drinnen ist in meinem fall ist es heute das main menü da haben wir den eintrag hier 1 den klicken wir an ich bin jetzt da schon im richtigen reiter ihr werdet wahrscheinlich hier vorne landen und müsst ihr gehen auf den reiter seiten anzeige und dort ihr ganz unten stehen seiten klasse dann muss man jetzt die seiten klasse eintragen und zwar vorangestellt mit einem leerzeichen jetzt sage ich einmal was passiert wenn man das leerzeichen vergisst ich schreibe da jetzt mal rein meine klasse ich speichere das ganze mal ab und ich gehe mal hier im frontend mit steuerung f5 refreshe das zuerst natürlich noch damit die änderung übernommen wird rechte maustaste und dann sagen wir ganz einfach seitenquelltext anzeigen so jetzt haben wir hier mal den seitenquelltext im seitenquelltext können wir mit steuerung und f suchen trage ich jetzt ein meine klasse und ihr seht jetzt haben wir hier ein div mit der klasse anführungsstriche item page und dann gleich hinten dran meine klasse zusammengeschrieben das heißt das ganze item minus page meine klasse ist eine klasse wir wollen aber dass dieses div zwei klassen hat nämlich einmal item page und einmal meine klasse und deswegen muss man da ein leerzeichen voran stellen so ich füge das leerzeichen jetzt einmal ein speichert das ganze wieder gehe wieder ins frontend refreshe das wieder mit steuerung f5 rechte maustaste da bin ich auf element kommen element untersuchen seitenquelltext anzeigen steuerung f und jetzt trage ich hier wieder ein meine klasse und ihr seht jetzt der item page leerzeichen meine klasse zusammen das ist es das ist die erste klasse und hier das ist die zweite klasse und genau so wollen wir das haben gut wenn wir die korrekt angelegt haben hier die klasse vergibt es an aussagekräftigen titel für die klasse nicht so wie ich meine klasse sondern schreibt sie was anständiges eine kurz prägnant so dass man heute später auch immer noch was was man da in der css datei quasi formatiert hat so jetzt haben wir schon einmal das objekt quasi mit einer klasse versehen schauen wir uns das jetzt noch mal an mit element untersuchen gehen einfach irgendwo dahin sagen element untersuchen bekommen wir diesen inspektor und jetzt suchen wir hier herinnen hier oben steht schon nach meiner klasse das steht noch drinnen vom letzten mal dann müsst sollte aufpassen wenn ihr das reinschreibt der browser setzt da gerne einen punkt voran dann müssen punkt noch mal rausnehmen einfach halt dann enter drücken dann wird die angezeigt hier haben wir das div item page meine klasse und wenn man ersetzt ist wenn man mit der maus darüber geht über die einzelnen zeilen wird einem im browser quasi angezeigt für welchen bereich diese zeile zuständig ist und wenn man hier auf diese zeile gehen wo das div mit der klasse meine klasse hinterlegt ist dann sehen wir genau es wird tatsächlich nur der beitrag selbst angezeigt also alles was jetzt da innerhalb von diesem div ist mit der klasse meine klasse wird jetzt da hier im hintergrund quasi hellblau dargestellt und diesen bereich wollen wir jetzt da grün einfärben wie machen wir das als allererstes muss man sich mit seinem ftp client auf dem web server einloggen so wo haben wir es hier da bin ich schon eingeloggt dann und das ist die geschichte jetzt da leider bei jedem template ist das ein bisschen anders beim proto star ist die datei die man selbst quasi anpassen kann nennt sich user punkt css beim less allrounder ist es zum beispiel die custom punkt css datei und bei manchen templates kann man die css war die css eigenschaften quasi im backend vom template anpassen da muss man halt beim template hersteller schauen wie man das mit seinem template machen soll aber im großen und ganzen ist es egal welcher weg ist dann ist immer das gleiche bei mir ist es heute jetzt da die user punkt css weil ich verwende eine kopie des protostart templates dazu gehen wir jetzt da hier auf templates dann auf eben meine kopie von protostart das ist meine proto test doppelklick darin finden wir jetzt da an ordner der hast css den öffnen wir und hier gibt es die user punkt css datei rechte maustaste dann haben wir hier ansehen und bearbeiten zumindest im feld ziller ist das so ich bestätige das einmal weil ich habe die datei ist ja natürlich schon mal geöffnet gehabt so schaut die momentan aus das was da drinnen steht das könnt ihr getrost ignorieren da ist um ein anderes video gegangen oder um eine andere fragestellung und entweder die datei ist komplett leer bei euch oder ihr habt es da schon was reingeschrieben dann schreibt es einfach unten mit einer leerzeile dann weiter wir haben ja gesagt die klasse die wir definiert haben heißt meine klasse in einer css datei definiert man eine klasse mit einem vorangestellten punkt machen wir das ganz einfach punkt meine klasse jetzt haben wir das schon mal angesprochen dann kommt ein leerzeichen und dann kommen die eigenschaften von dieser klasse in geschweifte klammern also wir fangen an mit einer geschweiften klammer dann allerdings noch mal gleich zwei zeilen darunter die geschweifte klammer geschlossen dass man das nicht vergessen und dazwischen rücken wir jetzt ein die eigenschaft immer verändern wollen ich nehme jetzt einmal hier als beispiel weil es relativ einfach umzusetzen ist die background color darum schreibt man hier background minus color dann kommt ein doppelpunkt dann muss man die farbe definieren ich habe gesagt ich glaube wir wollen das grün machen green ihr könnt natürlich auch einen hex code verwenden da wird dann voran eine raute gestellt und dann kommt heute der hex code der hat sechs stellen und der wird dann ebenfalls mit einem strichpunkt am ende geschlossen in meinem fall nehme jetzt da heute vor definierte farben halt green background minus color green das ganze wird gespeichert entweder mit steuerung s oder mit dem button in der menüleiste speichert es jetzt mit der mit dem button in der menüleiste dann wechsle ich wieder zu feldzilla da erwartet mich bereits ein pop up fenster wo ich darauf hingewiesen wurde werde dass die datei sich geändert hat ob ich sie hochladen möchte das sage natürlich ja die datei wird hochgeladen und jetzt kann ich in diesem fall jetzt bei protostar sofort ins frontend gehen das refreshen und die änderung werden wirksam bei manchen templates muss man vorher das template noch einmal speichern wie gesagt du müsst euch genau erkundigen bei eurem template hersteller wie der das heute handhabt ob man das template selbst noch einmal speichern muss damit die template css und die user css oder custom css dann halt gepasst werden aber in meinem fall beim protostar reicht es dass man das einfach hochlädt und jetzt da refreshen wir ganz einfach mal mit steuerung f5 das frontend und ihr seht der bereich wurde tatsächlich grün eingefärbt es geht jetzt nicht darum dass das schön ist es ist mir schon klar dass die hellgraue schrift mit dem grünen hintergrund leichten brechreiz verursacht genauso wie die formatierung der vor und zurück button hier warum das geht es halt wirklich nicht es geht wirklich nur darum weil ich gefragt worden bin wie man den hintergrund von einem einzelnen beitrag einfärbt und wenn ich jetzt zum beispiel schon auf den menüpunkt hier zwei dieser beitrag ist komplett normal so wie man kennt oder hier gehen wir in das andere menü auf m1 m1 punkt 1 ihr seht egal wo ich hingehe es bleibt alles ganz normal wie man es heute haben möchte nur wenn man hier auf diesen menüeintrag hier 1 klickt dann wird der beitrag mit einer anderen hintergrundfarbe angezeigt da jetzt nicht wusste ob möchtest du wirklich nur den beitrag einfärben oder möchtest du das komplette weiße feld was heute hier jetzt angezeigt wird einfärben darum zeige ich da jetzt mit dem zweiten menüeintrag hier zwei wie man das komplette weiße feld in einer and in eine andere farbe packt für den fall dass das heute nicht im backend zu definieren ist oft bei deinem template kannst du das auch über eine css regel definieren ist ein bisschen komplizierter auf den ersten blick aber wenn man mal den sinn dahinter verstanden hat ist das ganz einfach und du wirst da auch in zukunft wenn es dir ein bisschen damit beschäftigt viel leichter tun gewisse sachen genau anzusprechen wie du das haben möchtest wir gehen jetzt da hier noch einmal auf ja machen wir es mit elementen untersuchen oder besser mit seiten quelltext anzeigen machen wir es mit elementen untersuchen zieht es mal ein stückchen runter so wie gesagt wir haben ja hier die ganzen zeilen im frontend wird man dann halt quasi angezeigt wofür die zeile quasi zuständig ist und hier oben beginnt der body hier haben wir den body wer schon mal ins html tutorial reingeschaut hat der weiß was der body ist das ist nämlich alles was im browser angezeigt wird in der browserfläche nicht im tab sondern in der browserfläche also diese fläche hier den body wollen wir aber nicht einfärben wir wollen nur dieses weiße in der mitte hier einfärben dann gehen wir weiter runter dieses tief dieses die 4 erstreckt ebenfalls über die ganze seite dann gehen wir noch weiter runter und das schaut schon mal gut aus hier haben ein tief das markiert uns genau den bereich den wir quasi einfärben wollen und dieses tief hat auch schon eine klasse die heißt container leider doch auf jeder seite dieses tief mit dieser klasse auf das heißt wenn ich jetzt diesen container also diese klasse container im css anspreche werde ich ein problem bekommen weil ich dann wirklich jedes tief mit dem mit der id container oder jeder jedes element mit mit der klasse container auf meiner ganzen webseite anspreche also brauche ich ein sage jetzt einmal alleinstellungsmerkmal und jetzt schauen wir ganz einfach einmal eine ebene nach oben ihr sitzt dass das hier so verschachtelt ist das ist so das ist eingerückt damit war sie zum beispiel dass dieses tief mit der klasse container ein kind element von diesem tief mit der id top und der klasse body ist und genauso war sie dass zum beispiel dieses tief ein kind element vom body ist und beim body hat man ebenfalls wieder verschiedene klassen eben seit dann die nächste klasse ist com unterstrich content nächste klasse ist view artikel nächste klasse ist no layout dann kommt die klasse no task und die letzte klasse ist die interessanteste nämlich die item id 114 merken wir uns einmal die 114 wir gehen ins backend zurück ich schließe das jetzt daher ich bin wieder in dem menü container in dem er vorher waren hier haben wir das hier zwei und wann ihr jetzt da ganz nach rechts guckt hier markiert es mal dann finden wir hier die also die id 114 wir gucken noch mal zurück so muss natürlich den inspector wieder öffnen wo haben wir es hier item id 114 das ist allerdings eine klasse nicht verwechseln jetzt nur weil da steht item id dass man das als id in der css anspricht wir müssen das als klasse ansprechen und es gibt ein spezielles zeichen das werde ich euch gleich zeigen dass man kind elemente definiert wir können jetzt zum beispiel zum beispiel von dieser unique id von dieser unique klasse langsam runtergehen bis zu unserem container bis zu unserem tief mit der klasse container und dann können wir dieser diesem container dieser klasse container eigenschaften zu weisen so dann würde ich sagen wir fangen einfach mal wieder damit an wir gehen wieder in unsere css datei rutscht da wieder zwei zeilen drunter dass wir anfangen können wir das noch mal runter wo fangen wir an nämlich hier oben beim body mit der klasse achtung klasse item id minus 114 also wir haben gesagt klasse klasse ist ein punkt das wissen wir schon dann kommt item id minus 114 dann kommt ein leerzeichen und wir wissen dass dann ein kind element kommt und ein kind element hat eine geschlossene spitze klasse 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 3 Iv cheena klasse element so schmeißen wir das wieder runter was ist das nächste das nächste was eingerückt wird ist dieses tiff mit der klasse body ist ein bisserl verwirrend ihr was das ist für ein beispiel echt ungünstig dass das ding body hat hat es hat nämlich nichts mit dem body hier oben zu tun Und dieses Body ist ein HTML-Element, was tatsächlich eine Bedeutung hat, wenn was im Body steht. Und dieses Ding ist halt leider nur eine x-beliebige Klasse. Da könnte ja auch xy drinstehen. Aber es steht halt leider Body drin. Aber wir haben jetzt hier das nächste eingerückte Element, ist das div mit der Klasse Body. Also werden wir das ebenfalls definieren mit Punkt Body, Leerzeichen. Dann kommt wieder Spitze, Klammer, geschlossen, Abstand. Und jetzt kommt, man glaubt es kann, wir sind auch tatsächlich schon da, das div, was wir tatsächlich bearbeiten wollen. Nämlich das div mit der Klasse Container. Das schreiben wir ebenfalls rein. Punkt für Klasse. Container. Und jetzt haben wir das quasi schon unverwechselbar quasi angesprochen. Nämlich der Container ist das Kind-Element vom Body. Und der Body muss ein Kind-Element von Item-ID 114 sein. Und diese ist einzigartig. Dadurch ist alles, was danach kommt, ebenfalls einzigartig. Und wir haben das nicht noch auf jeder Seite, aber das gucken wir uns dann gleich einmal an. So, dann kommt die geschweifte Klammer und ich werde die auch gleich einmal schließen. Die schmeiße ich gleich auch zwei Zeilen runter. Und dann machen wir wieder eine Background-Color. Minus Color, Doppelpunkt. Jetzt nehmen wir Gelb, Yellow und das Semikolon nicht vergessen. Jetzt speichere ich allerdings, damit wir das einmal gehabt haben, mit STRG-S das Ganze. Ihr seht, das Zeichen für die Diskette wurde quasi grau hinterlegt. Das muss natürlich auch wieder hochgeladen werden mit unserem FTP-Client. In diesem Fall fällt Ziller. So, das ist hochgeladen. Und jetzt können wir das Frontend quasi wieder öffnen. Und wenn wir jetzt mit STRG-5 das refreshen, sollte es tatsächlich gelb sein. Was es auch tatsächlich tut. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, ja, aber hier sind jetzt alle Seiten eingefärbt. Ne, guckt's. Das ist die Startseite, die ist so geblieben, wie sie war. Das ist der Menüpunkt 1, also hier 1. Dann haben wir hier 2, wo das große Feld gelb ist. Und wenn man jetzt da ein bisschen weiter hier unten guckt, haben wir ein weiteres Menü. Und diese Menü-Einträge, egal welchen ich anklicke, ist trotzdem alles Standard geblieben. Da ist nichts grün und nichts gelb. Was man natürlich jetzt da noch machen könnte, man könnte zum Beispiel jetzt da hier nicht nur die Background-Color definieren. Man könnte die Schriftfarbe, die Schriftart, die Schriftgröße definieren. Man könnte ein Bild einfügen. Da gibt es übrigens ein Video auf meinem Kanal. Wer hier ein Bild einfügen möchte, schaut sich das Video an und dann seht ihr, was ihr in der CSS eintippen müsst. Zumindest diesen Bereich, was ihr da eintippen müsst, damit ihr dann ein Bild hier anzeigen könnt. Und wie gesagt, ihr könnt euch da wirklich austoben, könnt das ändern, was zu ändern ist. Da ist eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. So, das Ding ist jetzt da schon fast bei 21 Minuten. Na gut, dann wird es Zeit, dass ich mich verabschiede. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, beziehungsweise es hilft euch weiter. Wenn dem so sei, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mein kleines Projekt unterstützt. Und ihr wisst auch genau, wie das funktioniert, nämlich mit Däumchen, Kommentaren und Verbreitung in den sozialen Medien. Dann schon mal danke dafür. Ja, dann bleibt mir nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, vielleicht im nächsten Video. Ciao! Bis zum nächsten Mal.